Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. In meinem Trailer habe ich euch schon einige Spiele gezeigt, die ich spielen werde, aber natürlich waren das nicht alle und für heute habe ich mir ein Spiel aus einer etwas anderen Kategorie rausgesucht und wie ihr vielleicht schon hier an dem Hintergrund an dem Bild gesehen habt, handelt es sich dabei um The Walking Dead Teil 1. Episode 1, ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Natürlich habe ich es nicht getan. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually about now I get the... I didn't do it. Every time? Every time. We got what looks like a 1091 E here on P3X35. All cars have to keep on the lookout for a 91B in the area. So beginnt es also von einem Tier gebissen. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame that is. Hell, my whole family used to be regulars at your folks drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I'm F. T. I got nephew up at UGA. You teach there long? Got on the 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Wahrscheinlich. 3-3, 2-1-7. The only cause of dispatch is to all locations. I was driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fellow, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over, right where you're sitting. All officers are available for incoming 2-1-7. And before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama! It's all a big mistake! It wasn't me! Huh? So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressed and a bit more hilarious if I do say so. Watch out! Stop that! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alter! Ey, wach auf! Ach, lieber doch nicht. Au! Oh, shit! Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Oh, da liegt unser Fahrer. What the hell did he have his gun out? Hey! Hey Officer! Are you alright? I'm still cut back here! Oh, das kann er auch nicht mehr ändern. Officer! Oh, das sieht nicht gut aus. Er wurde nicht aus dem Auto erzeugt. Er bewegt nicht. Das hast du gut erkannt. Ist da noch was anderes? Na? Dammit! Das geht also auch nicht. Das ist ne gute Idee. I need to crack myself out that window. I need to crack myself out that window. Ah, dann mach das doch. Ach so. Alles klar. Eine Aktion auszuwählen. Zum Glück hat er auch gerade lautlos das Fenster eingeschlagen. Damit uns die Zombies ja nicht... Zum Glück schreit er auch nicht. Vorsichtig. Nicht entfallen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Gewehr. Ja. Denn ich glaube, wir wissen ja alle, was gleich passieren wird. Wenn wir versuchen, uns den Schlüssel zu holen. Oh. Was ich tatsächlich noch erst... Na gut. Ah, doch nicht? Okay. Ja, deswegen solltest du ja auch... Das war selbst erkannt. Ah, ja. Jetzt ganz vorsichtig. Das war knapp. Sauerschnell, du. Oh, jetzt erwacht er. Oh mein Gott! Ritt ihn! Oh! Oh! Zahlt dich! Da hat er den ersten Tod nicht lange ausgefahren lassen. Oh Mann ey! So, zweiter Versuch. Oh Mann! Schön zurückkriechen, genau. Nimm die Waffe! Okay, okay, okay! Ah, oh nee! Was machst du denn da? Du Mie! Sauerschnell, du! Okay! Okay! Cheers! Ah! 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 Es läuft ja ganz schnell da aus. Oh, jetzt haben wir noch mehr angelockt. Das fang nicht gut. Kommt er denn? Oh ne, jetzt fällt er noch in der Ruhe. Zurück ist er dir nicht so schnell. Ich frage mich, warum so viele von mir sind bald. Malerweise befinden sich ja Menschen eher in einem Haus oder so und nicht im Wald. Zumindest nicht so viele. Naja.